Morgen, Papa. Ich habe die Jahrhundertidee. Schon wieder. Der Schuh, der passt. Wir stellen Leute ein, die für unsere Kunden ihre Schuhe eintragen. Der Markt ist enorm. Uferlos. Kennst du Leute ohne Füße? Du kommst zum Geburtstag deiner Schwester. Hat hier jemand einen Grapefruit-Saft gesehen? Tut mir leid, Moselle. Soll ich sie ihn aufschreiben? Vielleicht ist es zu kompliziert für sie. Ich weiß, ich verwöhne sie und müsste strenger sein. Könnte ich einen frischen Guarensaft mit einem winzigen Schuss Ingwer haben? Siehst du, wie sie leben? Ich muss ihnen eine Lektion erteilen. Was soll der Scheiß? Deine Kreditkarten sind gesperrt. Und dein Handy auch. Woher wisst ihr das? Bei uns auch. Papa! Polizei! Kinder! Hierher! Wir sind pleite und müssen ins Gefängnis. Sie bitte? Oh mein Gott. Wo fahren wir hin? Uns verstecken. In Marseille. Was tun wir jetzt, Papa? Etwas, das ihr noch nie im Leben gemacht habt. Nachdenken? Arbeiten. Bitte? Welche Abschlüsse haben Sie? Ich habe keine Abschlüsse. Ich bin Autodidakt. Wie ist die Bezahlung? 1.200 Euro. In der Woche, richtig? Nein, am Tag. Wie diese Musiker, die sich selbst Gitarre beibringt. Bei mir eben Business. Alles klar. Dann hätte ich vielleicht was für Sie. Au! Der Firmenwagen geklappt? Sie werden nicht enttäuscht sein. Nicht übel fürs Erste. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Alex hat sich gar nicht erst bemüht. Na bitte. Und und ich? Kein Geld, keine Pasta. Du warst nie da. Hat's euch an was gefehlt? Wenn du Geld meinst, nein. Wir hätten was anderes gebraucht, Papa. Was würde ich dafür geben, das zu sehen? Allein dafür war es das wert. Ich glaube, wir werden viel aus dieser Erfahrung lernen. Ich wusste nicht, wie es sich entwickelt. Aber ich schwöre dir. Sag Ihnen die Wahrheit. Und du bist sicher, dass du das für deine Kinder tust? Sie werden... Sieh? 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 Vielen Dank.